Prost! 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 Ach, herzlich willkommen hier nochmal zum zweiten Teil. Wir haben aber noch eine ganz große Sache vergessen. Und zwar haben wir auch verfolgt, aus dem Schützengraben, natürlich die Grütze, die da gespielt worden ist bei der Fußball-WM von unserer deutschen Handschaft, die wohl anscheinendlich die Luft raus hat, ist manchmal so im Leben, und unser Statement dazu ist Prost! Prost! Herrlich, herrlich, herrlich! Auch in meiner Erfahrung ist, glaube ich, da keine bessere Sicht, wenn wir nicht wieder so einen Hans-Peter Wiel bei uns haben. In diesem Sinne haben wir jetzt hier unsere Tine Wischler aus Argentinien, die noch wirklich abgehauen ist. Wir gratulieren ganz herzlich, Helmchenhunger und unser Tanzerfahrer, bitte schalt eures Amtes und gratuliert ihr! Der Name! Von der Fußball-Deutschen Weltmeisterschaft! Das Name! Das Name! Das Name! Bitte legen Sie jetzt die Zeremonie und wir stehen dazu auf! Greilich! Taiden 25 å Eddy Läri ung 2 Va Von Laaf! Wir Reichsbürger! Wir Acht! Und Reichsbürger! In diesem Sinne, tschüss!